Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ADHS Family Podcast, dem Podcast, der euch das Neueste aus der ADHS-Forschung, Tipps und Tricks zur Erleichterung des Alltags und jede Menge Verständnis für eure ganz spezielle Situation bringt. Ich bin im Übrigen Anna, vor 17 Jahren noch verzweifelte Mama eines ADHS-Kindes, aber heute, viele Jahre und mehrere Fortbildungen später, bin ich Expertin für ADHS und eine sehr entspannte Mutter eines mittlerweile 21-Jährigen, der trotz dieses Syndroms zu einem glücklichen und beruflich erfüllten jungen Mann herangewachsen ist. Ich möchte euch mit diesem Podcast genau dort zur Seite stehen, wo auch ich vor vielen Jahren Hilfe gebraucht hätte. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dass es euch auch gelingt, euer Kind in ein glückliches und erfolgreiches Erwachsenenleben zu begleiten. Bevor es aber mit der Episode losgeht, lasst mich noch darauf hinweisen, dass ich in meinem Podcast immer nur von ADHS spreche, weil das in der Fachwelt so üblich ist. Gemeint ist damit aber auch immer die verträumte Variante der ADHS. Ja, ihr Lieben, dies ist bereits die vierte Episode, die sich mit den Symptomen von ADHS beziehungsweise mit ADHS-spezifischen Besonderheiten befasst. In der ersten Folge dieser Reihe haben wir im Podcast 94 die offiziellen Symptome, die in den Diagnosemanualen zu finden sind, unter die Lupe genommen. Podcast 95 hat sich dann mit den vielen Verhaltensweisen und Auffälligkeiten befasst, die größtenteils dem Aufmerksamkeitsdefizitspektrum zuzuordnen sind. Und in Podcast 96 ist es um die körperlichen Auffälligkeiten gegangen. In der heutigen Episode wollen wir uns den Emotionen zuwenden, denn die sind es, die am Ende des Tages unser Zusammenleben mit unseren Zappelwunderkindern und Träumachens am stärksten beeinflussen. In den meisten Fällen leider negativ. Bevor es aber losgeht, wie immer der Hinweis auf das PDF zu dieser Episode, dass ihr euch unter www.adhshilfe.net slash weitere Symptome 3 herunterladen könnt. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Gut, dann kann es auch schon losgehen. Zunächst mal ist zu Heranwachsenden mit ADHS und ihren Emotionen zu sagen, dass unsere Kids von ihren Gefühlen, seien es nun positive oder negative, geradezu überschwemmt werden. Wenn unsere Kinder etwas fühlen, so empfinden sie das, als wäre ihr gesamtes Wesen, ihr gesamtes Denken nur mit dieser einen Emotion erfüllt. Und fast immer erleben sie sich als diesen Gefühlen ausgeliefert, als würden sie sich in einem reißenden Fluss befinden, gegen dessen Strömung sie machtlos sind. Besonders unangenehm ist diese Tatsache für das Umfeld, aber natürlich auch für sich selbst, wenn es sich um Wut und Aggressionen handelt. Viele von euch werden nicht erst einen Meltdown des Juniors oder des Mädels erlebt haben, bei dem man als Eltern das Gefühl hat, das Kind gar nicht mehr erreichen zu können. Die Kids wirken in diesen Situationen oft wie besessen, äußern die schlimmsten Schimpfwörter, werfen mit Gegenständen rum, treten gegen das Mobiliar und gehen teilweise sogar auf ihr Gegenüber los, ob das nun Schulkameraden oder Freunde, Geschwister oder sogar die Eltern sind. Darauf, wie man solche Situationen vermeiden kann, beziehungsweise in diesen Situationen reagieren sollte, kann ich an dieser Stelle nicht eingehen, da das nicht in einigen wenigen Sätzen erklärt ist. Aber hört euch dazu sämtliche Podcasts zum Thema Erziehung an, besonders aber die Episoden 14, 15, 18 bis 20, 46, 47 und 49, 63 bis 66, 73 und 87. Ich verlinke zu allen genannten Folgen in den Shownotes. Wichtig ist jedenfalls insgesamt, dass euch klar ist, dass diese ungebremsten Aggressionen nichts damit zu tun haben, dass unsere Kinder asozial sind oder vom lieben Gott mit einem schlechteren Charakter bedacht worden sind als neurotypische Kinder oder dass ihr nicht imstande seid, eure Kids auf Spur zu bringen, so wie uns das Umfeld ja immer mit hochgezogenen Augenbrauen im belehrenden Ton weismachen möchte. Vielmehr ist es zum einen so, dass unsere Kinder aufgrund verschiedener Gegebenheiten im Gehirn ihre Emotionen kaum steuern können und das Erlernen der Emotionsregulation für sie ein sehr schwieriger und vor allem länger dauernder Prozess als für nicht betroffene Kinder ist. Zum anderen erleben unsere Kinder bei Weitem aber auch mehr Abwertung, Kritik, Verurteilung und Ausgrenzung als neurotypische Kinder, wodurch es nicht überrascht, dass ihr Nervenkostüm sehr dünn ist und sie eine sehr kurze Zündschnur haben. Aus demselben Grund sind sie dann auch oft bockig und provozieren und stören andere gerne mal. Und obwohl sie nach außen hin häufig sehr cool und manchmal überaus selbstbewusst rüberkommen, stecken hinter der oft angeberischen Fassade in der Regel sehr zarte Seelen, die bei der kleinsten Kleinigkeit selbst im fortgeschrittenen Teenageralter noch in Tränen ausbrechen. Apropos Teenager. Wenn eure Kids schon in einem Alter sind, in dem sie einen Freund oder eine Freundin im romantischen Sinne haben und eine Beziehung dann irgendwann mit einer Trennung endet, ist es für viele Teenager mit ADHS oft so, als würden sie in ein tiefes Loch fallen, aus dem sie nichts und niemand mehr herausholen kann. Die Trauer über die verlorene Liebe wird einfach sehr, sehr intensiv empfunden. Stichwort Emotionen, die einen überwältigen, wie eingangs erwähnt. Ebenfalls ADHS-typisch ist die Tatsache, dass ADHSler extrem diskussionsfreudig sind, alles hinterfragen und so oft in Streit mit anderen geraten. Doch auch wenn sie schnell auf gefühlten 100 Grad oben sind, kühlen sie genauso rasch wieder auf ihre 36 Grad Körpertemperatur runter und alles ist gut. Wenn sie aber einmal wirklich zutiefst verletzt worden sind, wissen sie das auch noch Jahre später und können dem anderen dann kaum mehr vergeben. Schließlich ist auf der Emotionsebene noch zu erwähnen, dass die Kids in der Regel sehr anhänglich sind und oft noch bis zum Schulalter sehr an ihren Müttern hängen. Ja, geradezu klammern. Ich bin überzeugt davon, dass viele von euch jetzt nicken werden, wenn ich sage, dass gar nicht so wenige Kinder mit ADHS mit drei oder vier Jahren, in einem Alter also, in dem nicht betroffene Kinder mit Begeisterung in den Kindergarten gehen, einfach nicht dort bleiben wollen. Egal, was man versucht und egal, wie schmackhaft man ihnen den Kindergarten macht. Sobald man sich als Mutter verabschieden will, beginnen die Kids so jämmerlich zu weinen und zu klammern, dass man es nicht übers Herz bringt, einfach zu gehen. Und wenn es von eurer Betreuungssituation her irgendwie machbar ist, dann solltet ihr das auch nicht tun, sondern gebt hier eure Mutterinstinkt nach und zwingt eure Kinder nicht, in der Kindergruppe oder im Kindergarten zu bleiben, wenn sie dafür innerlich noch nicht bereit sind. Unser Jüngerer war mit drei Jahren einfach noch nicht so weit und obwohl sein älterer Bruder im selben Kindergarten war, war an ein alleine dort bleiben nicht zu denken. Mit vier Jahren klappte das dann aber wunderbar und er war glücklich, in den Kindergarten gehen zu dürfen. Vergesst hier nämlich eines nicht. Unsere Kinder spüren auch in diesem zarten Alter schon, dass sie anders sind und einen besonderen Schutz brauchen. Einen Schutz vor dem Unverständnis der anderen, die nicht begreifen können, warum sie sich in mehrerlei Hinsicht nicht wie andere Kinder verhalten. Und die einzige Person in ihrem Leben, die ihr Anderssein wirklich versteht, ist in der Regel die Mama, manchmal auch der Papa. Und solange sie das Gefühl haben, diesen Schutz noch dringend zu brauchen, wollen sie nicht alleine in einem Umfeld bleiben, das sie gar nicht abschätzen können und in dem sie möglicherweise nicht verstanden werden. Gebt euren Kids also die Zeit, die sie brauchen. Und weil wir gerade vom Kindergartenalter gesprochen haben, möchte ich noch einen kleinen Ausflug in die Schwangerschaft und ins Babyalter machen und auch auf die Auffälligkeiten in dieser Zeit kurz eingehen. Viele Mütter berichten darüber und auch ich habe persönlich diese Erfahrung gemacht, dass ihr Kind mit ADHS schon im Bauch viel aktiver als die Schwester oder der Bruder war. Auch ich hatte ja durch unseren älteren Sohn bereits Schwangerschaftserfahrungen gemacht und auch unser älterer Sohn war im Bauch schon recht aktiv gewesen. Aber bei unserem Jüngeren hatte ich tatsächlich das Gefühl, er würde in seiner engen Behausung schon sämtliche Sportarten ausprobieren. Ich getraute mich nicht mal nahe bei einer Tischkante zu sitzen, weil ich nie wusste, ob es ein Bein, der Arm oder vielleicht doch der Kopf war, der plötzlich nach vorne schoss. Noch heute sage ich spaßhalber, er hätte schon im Mutterleib einen Sturzhelm gebraucht. Auch die Geburt verläuft dann bei gar nicht so wenigen Kindern mit ADHS nicht komplikationslos und und häufig macht sich die Ungeduld unserer kleinen Chaosbolzen bereits dadurch bemerkbar, dass sie einige Wochen zu früh zur Welt kommen. Als ob es ihnen in ihrer dunklen Höhle zu langweilig werden würde und sie es nicht erwarten könnten, endlich die große weite Welt da draußen erforschen zu können. Bei vielen betroffenen Kindern hat man allerdings das Gefühl, dass sie sich schon nach kurzer Zeit wünschen würden, wieder in ihre gemütliche, warme und vor allem leise Behausung zurück zu können. Irgendetwas scheint ihnen nämlich nicht zu passen oder Probleme zu bereiten, denn häufig schreien sie ohne Unterlass. Nahezu alle Mütter von Kindern mit ADHS berichten, dass ihr Kind ein Schreibaby war und sie gar nicht wissen, wie sie diese Zeit damals mit zwei oder drei Stunden Schlaf, konsumiert in 10 Minuten Einheiten, überhaupt überstanden haben. Was für Kinder mit ADHS in diesem Alter ebenfalls typisch ist, ist, dass sie oftmals nicht so tief schlafen wie andere Babys, dass sie Streicheln und Berührungen nicht mögen und sie überhaupt insgesamt unruhig und unausgeglichen wirken. Auch mit dem Stillen klappt es oft nicht, weil das Saugen an der Brust ebenfalls ein gewisser Lernprozess ist und die Kinder auch hier häufig ungeduldig sind. Oftmals saugen sie zu stark, beziehungsweise trinken sie zu viel Milch und spucken dann beim Bäuerchenmachen gefühlt die Hälfte der Trinkmenge wieder aus. Von der Bewegung her ist es oft so, dass Kinder mit ADHS die Krabbelphase überspringen oder ungewöhnliche Krabbeltechniken entwickeln. Die meisten von ihnen können dann aber relativ früh schon stehen bzw. laufen. In meinem eigenen Fotoalbum, in dem meine Mutter auf den ersten Seiten eine Art Tagebuch geführt hat, habe ich erst kürzlich gelesen, dass ich bereits mit acht Monaten frei stehen konnte und mit zehn Monaten frei gelaufen bin. Vom Grabeln stand da allerdings nichts. Ich passte also als Baby ebenfalls in dieses typische ADHS-Schema. Gut, nun aber wieder zurück zu der Entwicklung der Kinder in Bezug auf ihre Emotionen. Was bei unseren betroffenen Kindern auch oft zu beobachten ist, sind große Ängste. Viele Kinder fürchten sich bis ins frühe Teenageralter vor der Dunkelheit und sind beispielsweise nicht dazu zu bewegen, etwas aus dem Keller zu holen oder alleine in ihrem Zimmer zu schlafen. Manche Kinder fürchten sich auch vor unrealen Dingen wie Monstern, Hexen oder Vampiren. Und selbst wenn sie schon zehn oder elf Jahre alt sind und einem am Frühstückstisch gut erklären können, dass es keine Monster, Hexen oder Vampire gibt, fürchten sie sich in der Dunkelheit dennoch davor. Auch ich war so ein Kind und hatte ziemlich genau bis zum zwölften Lebensjahr schreckliche Angst davor, in der Nacht vom bösen Wolf geholt zu werden. Möglicherweise hatte mir meine Großmutter zu oft das Märchen vom Rotkäppchen erzählt. Aber jedenfalls hatte ich fast jede Nacht Albträume davon, dass der Wolf kommen und mich fressen würde. Und ja, Albträume sind eine weitere ADHS-typische Besonderheit von betroffenen Kindern. Schließlich fürchtet sich ein gar nicht so kleiner Teil der betroffenen Kinder vor diversen Insekten. Bei manchen beschränkt sich diese Angst, die manchmal oft schon als regelrechte Phobie bezeichnet werden kann, weil die Kids sich irgendwann weigern, im Sommer ins Freie zu gehen, auf bestimmte Insektenarten wie Wespen. Andere wiederum fürchten sich vor allem, was kreucht und fleucht. Wenn ihr derartige Probleme habt, dann schaut mit euren Kids gute YouTube-Videos an und erklärt ihnen, dass Wespen, Bienen oder Hummeln sie nicht einfach angreifen werden, sondern sich nur mit einem Stich wehren, wenn sie sich bedroht fühlen. Oftmals können gute Dokumentationen derartige Ängste neutralisieren. Wenn das aber auch nicht hilft, dann versucht es mit einer Therapie. Oft helfen sogenannte Konfrontationstherapien, bei denen die Patienten nach und nach mit dem, was ihnen Angst macht, konfrontiert werden, wirklich gut. Tja ihr Lieben, und schon sind wir wieder am Ende der Episode angelangt. Daher nochmals die Erinnerung an das PDF, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash weitere Symptome 3 herunterladen könnt. Abschließend gebe ich euch noch einen Ausblick auf die vorletzte Episode der Weitere Symptome Reihe in der nächsten Woche, wo es um die typischen Charaktereigenschaften unserer betroffenen Kinder und ihr Verhalten bei sozialen Interaktionen gehen wird. Ich hoffe, ihr seid da wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020